Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Wrax the Witches. So, ich mach mich jetzt hier einmal ready und dann versuchen wir noch das letzte Ishka zu finden vom Jäger. Ja, dann würde ich sagen, let's go. Okay, das ist jetzt leider nicht der idealste Spawn. Ich versuche jetzt einfach das Beste draus zu machen und dass wir relativ zügig das Ishka finden. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht hier direkt in einen Spieler reinrennen, weil das würde das jetzt wieder so unnötig in die Länge ziehen. Die Hidden Stash ist leider auch nicht da. Bisher sind noch keine Schüsse zu hören. Jo, Skeps sind bisher auch irgendwie noch keine da. Zumindest höre ich noch nichts. Mal gucken, nicht, dass hier von rechts noch was ist. Okay, der Schuss kam definitiv von rechts. Ich denke mal, der stand irgendwo hinter einem Transporter. Ich habe einfach nicht weit genug rüber geguckt. Gut, dann gehen wir einfach direkt in die nächste Runde. Ja, ich hoffe, dass das jetzt diesmal ein bisschen besser läuft. Ich gucke jetzt hier mal direkt in die Kiste rein. Oh, nice. Also so ist der Start auf jeden Fall perfekt. Am liebsten würde ich jetzt sofort extracten. Aber dafür muss ich erstens zum Extract kommen und zweitens, ja, müssen wir erstmal noch ein bisschen die Zeit rumbekommen. Aber schon witzig. Ich dachte, das wird jetzt diesmal so ein längeres Prozedere und dass ich reingehen muss. Aber so können wir jetzt eigentlich ganz chillig einmal rumrennen. Ich habe jetzt ja leider kein Geld mit für den K-Extract. Das hätte es sich jetzt auch noch angeboten. Ja. Ich mache mal so eine ganz entspannte Lootrunde noch draus. Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, wie ich jetzt am besten laufe. Gehen wir über das Kraftwerk. Okay, die Hinten Stache ist nicht da. Da hinten ist auf jeden Fall auch noch keiner zu sehen. Ich umlaufe das jetzt so ein bisschen. Ich werde aber gleich trotzdem zu den zwei großen Steinen gehen und die Hinten Stache mitnehmen und die ganzen anderen Loot Spots, die dort sind. Vielleicht finden wir noch irgendwas Cooles oder irgendwas, was ich halt austauschen kann. Wie zum Beispiel halt die Kopfhörer oder den Helm. Ich hoffe, dass die gespawnt ist und dass ich hier jetzt nicht umsonst lang renne. Ja, das Geld ist leider nicht genug. Okay, nice. Also ich kenne mich bisher noch nicht so ganz damit aus, aber das sieht ganz gut aus, was ich da gefunden habe. So, jetzt noch eine schöne Waffe. Okay, es ist keine Waffe. Das lassen wir einfach alles liegen. So, jetzt noch ein bisschen. Okay, die Frage aller Fragen, gehe ich noch ins Kraftwerk rein. Ah ja, erwischt. Ich glaube, das war vielleicht doch nicht so klug von mir, dass ich den jetzt holen wollte. Der ist nämlich runter und weg und ich habe das Ischgra dabei. Und wenn ich verliere, würde ich mir so in den Hintern beißen. Vielleicht ist es schlauer, wenn ich jetzt unten durch die Garage gehe, auf der anderen Seite raus. Ich will mal eben gucken, dass der doch mir jetzt entgegenkommt, weil er Bock hat zu fighten. Aber, das sieht nicht so aus. Bei gekillt habe ich ihn definitiv nicht. Und er ist auch nicht zu sehen. Ja, ich gehe jetzt hier durch die Garage schnell durch. Vielleicht rechnet er auch nicht damit, dass ich jetzt hier durchgehe. Und ich laufe ihm jetzt parallel zu. Ach, ich komme hier gar nicht lang, ne? Aber man sieht und hört nichts. So, gehe ich jetzt oben rein? Oder laufe außenrum lang? Ich denke, außenrum wäre viel zu offen. Dann... gehe ich lieber nach oben und bin da oben ein bisschen geschützter. Also, sobald ich im... ähm... hier im Lager drinne bin. Einen Magnet. Mal gucken, was es hier so technisch bietet. Salz. Ich weiß auch gerade gar nicht, was Salz so wert ist. Hä? Bin ich blind? Ich bin hinten. Oh. jetzt hat er mir fast den arm weggeschossen war glück gehabt nochmal eben nachstecken weil das habe ich ja gerade schon nicht gemacht weiter geht's den skeff lasse ich da glaube ich einfach liegen und die one steps spieler 2 die hole ich mir die jetzt ich lasse den einen erstmal vorbeilaufen schade die sind auch weiter gerannt die hat das jetzt gerade gar nicht gejuckt eigentlich war das schon viel zu riskant für meinen ischgra seine zu hause alles gäbe es das war eine granate hinter mir ich muss jetzt ein bisschen gas geben nicht dass die mich doch da hinten suchen das hat schon ein bisschen weh getan kurz ein bisschen erschrocken weil ich dachte der stirbt nicht sehr schönes großes rig das packe ich mir ein nochmal eben nachladen der hatte jetzt nichts dabei so ich versuche jetzt einfach komplett durch zu rennen obwohl das wird nicht passen ich muss auf jeden fall gleich einen zwischenstopp machen dann nehmen wir uns hier gleich noch diese militärkiste mit waffenkiste nicht militärkiste nutze ich hier die gelegenheit wenn ich hier eh schon ausdauerrege generiere das ist mir dann irgendwie doch nicht wert das propan wegzuschmeißen so jetzt bin ich mal gespannt ob hier irgendwo ein exit camper rumgammelt ok dann haben wir wohl glück gehabt habe ich gar nichts gegen so 1735 ok level 12 werden wir nicht schaffen was ja jetzt nicht schlimm ist aber sobald wir das quest abgeschlossen haben also abgegeben haben sind wir auf jeden fall level 12 dafür sind ich meinen rucksack rüber geworfen das war nicht der plan sehr gut dann kommen wir hier wenigstens mal endlich weiter ok wir werden jetzt auf jeden fall auf woods gehen und die quest machen ohne rüstung ich habe auf jeden fall mal die waffe umgeswitcht ich dachte wenn wir jetzt eh auf woods gehen dann können wir ja vielleicht noch die jäger quest nebenbei machen und der spawn ist relativ bescheiden heißt ich muss jetzt auf jeden fall ein bisschen laufen so wir gehen jetzt hier auf jeden fall zwischen den bergen durch beim letzten mal habe ich hier auch relativ gute munition gefunden hier ist noch eine tool box die können wir natürlich auch noch mitnehmen gucken was hier noch drin ist aber das ist auf jeden fall sehr nice die werde ich mir im container saven das packen wir auch noch raus und dann packen wir das hier erstmal wieder rein dann gehen wir auch wieder zwischen den bergen hier runter und gehen dann noch zu dem schlafplatz aber was ich auch noch versuchen könnte vielleicht kriegen wir ja noch den sniper scav weil ich würde mir schon gerne seine waffe organisieren ist der daun oder hat er sich jetzt nur hingelegt ich glaube der ist daun huch hm diesmal ist hier nicht wirklich was schade 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 ja dann sollte ich mir noch ein bisschen meine beine wieder flicken bevor ich sie mir jetzt gleich beim runterspringen oder runtergleiten abreiße schade warte also hier ist auf jeden fall kein scav aber ich frage mich wo ich gerade den anderen gelegt habe ich glaube der ist über mir ähm warte wie komme ich denn jetzt hier nochmal lang ah ok ich glaube hier wenn es denn funktionieren würde ja perfekt dann schauen wir uns nochmal hier den high loot spot an oh sehr nice eine batterie ich meine bis ich die brauche das wird noch ein bisschen dauern aber ich finde es ist schon gut die zu haben die können wir mitnehmen die nehmen wir auch einfach mit ich gehe jetzt hier noch einmal fix runter so unfassbar dunkel ein pferdchen eine gold chain und was ist das ach lustig den save ich mir ich weiß nicht was er wert ist aber ich tue ihn mir trotzdem mal da rein ich muss jetzt nur gerade mal gucken wie ich hier nochmal hoch kam aber ich glaube das war hier so ok das gef ist nicht tot gewesen der hat sich tatsächlich nur hingelegt ich höre ihn auch ich schmeiß mal meine rüstung weg dann haben wir hier schon mal einen scaf oh der ist blöd gestorben komme ich da ja also dran komme ich aber ich bin so offensiv dass ich da hundertprozentig weggeholt werde sobald das jemand gesehen hat ja gut dann sehe ich mal zu dass ich hier irgendwie vernünftig runter komme also wenn jetzt hier lang jemand lang rennen würde das wäre schon echt echt episch aber die sind da definitiv mit irgendwas anderem beschäftigt war noch irgendwo ein scaf oh gott im leben komme ich da nicht heil runter im leben nicht egal ich probiere es vielleicht kriegen wir den scaf noch irgendwie okay der ist nicht hier ich will jetzt auch eigentlich gar nicht weiter rein gehen ist keiner zu sehen okay ich renne lieber zum exit und wir schauen mal ob noch an diesem scaf haus noch ein paar scafs um watscheln dann kann ich da gegebenenfalls noch welche mitnehmen und die 35 meter kills machen fast geschafft in diesem kleinen bunker ist leider auch niemand nice eine waffe okay ich bevorzuge damit doch lieber die waffe ich bin irgendwie nicht so ein fan von der vpo keine ahnung warum das so ist am stein camp glaube ich auch keiner die hälfte mit ps ja natürlich kriege ich direkt wieder eins ins gesicht das wäre jetzt auch wieder zu schön gewesen wenn ich die sachen hätte rausbringen können so ich werde jetzt aber hier die folge beenden ich möchte mich wirklich ganz herzlichst für euren support bedanken und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge